Hey Leute, ich heiße Anna, ich bin 14 Jahre alt. Das ist mein Vater, der Eigentümer des größten Import- und Exportunternehmens. Was meine Mutter betrifft, so starb sie bei meiner Geburt. Mein Vater übernahm schon in jungen Jahren die Erziehung, da er sich ständig um mich sorgte. Meine Geschichte ist etwas seltsam, aber ich kann Ihnen erzählen, was von Anfang an passiert ist. Eines Tages nach der Schule ging ich nach Hause und wie immer war meine Kleidung nicht sauber. Ich ging schnell in mein Zimmer, um mich umzuziehen, bevor mich jemand sah. Aber dann sah ich unsere Haushälterin und sie sagte, Oh mein Gott, Anna! Jeden Tag ist deine Kleidung schmutzig und zerrissen. Ich werde nicht länger schweigen und deinem Vater sagen, dass er dich zur Schule begleiten soll. Dass er eine Lösung zu diesem Problem findet. Wayne ist mein Vater. Er ist beschäftigt und ich sehe ihn nur einmal pro Woche. Sag es mir, Nadine. Sind alle Eltern so beschäftigt mit ihren Kindern wie meine? Mein Vater ist der Einzige, der sich mit mir beschäftigt. Nadine umarmte mich und sagte, beruhige dich, meine Liebe. Dein Vater hat viel zu tun. Er hat eine Tochter. Oh Nadine, er hat eine Tochter, die das Recht hat, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Besonders nach dem Tod meiner Mutter. Okay, beruhige dich. Ich bin bei dir. Nein, sag ihm nichts, als ob ich schlafen gehen würde. Isst es zuerst dein Essen und geh dann schlafen. Ich bin nicht hungrig. Lass mich jetzt, Nadine. Nadine verließ mein Zimmer, ohne ein Wort hinzuzufügen. Ich zog mich um und fing an zu weinen, wegen allem, was mir passiert war. Eine Stunde später hörte ich ein Klopfen an meiner Zimmertür. Lass mich, Nadine. Ich sagte doch, ich bin nicht hungrig. Die Tür öffnete sich und mein Vater kam herein und sagte, Warum willst du nicht essen? Ich habe keinen Hunger, Papa. Ich möchte jetzt schlafen. Gibt es jemanden, der traurig ist? Mein Kleines, sag mir, was passiert ist. Ich habe nicht gesprochen. Papa sagte, Ich habe meine Arbeit früher erledigt, also bin ich gekommen, um mit dir zum Mittag zu essen. Ich sagte fröhlich und vergaß, was in der Schule passiert war. Wirklich, Papa? Er nickte und sagte, Ja, meine liebe Tochter. Während wir aßen, sagte mein Vater, Wie läuft es in der Schule und bei deinen Freunden? Ich hörte auf zu kauen und sagte, Es ist alles in Ordnung, Dad. Mach dir keine Sorgen. Und bevor er sprechen konnte, klingelte sein Telefon. Er ging ran, schaltete es aus, richtete sich auf und sagte, Ich entschuldige mich, Tochter. Wenn du dein Essen auf isst, muss ich jetzt zu einer Firma gehen. Aber Papa! Ich beendete das Gespräch nicht und sah ihn schnell aus dem Haus gehen. Ich verließ das Esszimmer und ging in mein Zimmer und weinte traurig über das, was mir passiert ist. Und ich flüsterte, bevor ich in einen tiefen Schlaf fiel. Ich hoffe, du bist mein Platz, Dad, um zu fühlen, was ich gerade fühle. Am nächsten Tag wachte ich mit einem schreienden Geräusch auf. Ich stand aus dem Bett auf. Hey, das ist nicht mein Bett und das ist nicht mein Zimmer. Es ist das Zimmer meines Vaters. Ich wachte erneut von einem schreienden Geräusch auf. Ich kam rausgerannt und das Geschrei kam aus meinem Zimmer. Und sobald ich eintrat, war ich schockiert von dem, was ich sah. Ich sah Nadine und neben ihr mich. Ich sagte, Hey, wie ist das möglich? Ich sah das Spiegel schnell an und da war der Schock. Ich befand mich in einem nicht-physischen Körper. Ich verstehe nicht, wie das passiert ist, sagte ich verängstigt. Papa sagte, Sieht aus wie ein Körpertausch. Ich habe deinen Körper genommen und du hast meinen Körper genommen. Aber wie ist das passiert? Das ist unmöglich. Ich kann nicht glauben, was passiert. Sag mir, was von Anfang an passiert ist. Papa sagte, Ich bin mit meiner Stimme aufgewacht. Nadine fand sich in deinem Zimmer wieder. Und als ich die Frau betrachtete, war ich schockiert, als ich feststellte, dass ich in deinem Körper war. Papa beendete das Reden. Und ich erinnerte mich an den Wunsch, den ich letzte Nacht vor dem Schlafengehen geäußert hatte. Und beschloss, ihn für mich zu behalten und niemandem zu erzählen. Ich auch, Dad. Ich bin in deinem Zimmer aufgewacht. Sag mir, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Ich habe heute viel zu tun und viele wichtige Sitzungen, die ich heute abschließen muss. Das ist alles, was dich interessiert, Dad. Dein ganzes Geschäftsgespräch? Wie wäre es, wenn ich zur Schule gehe? Heute habe ich eine Prüfung, die ich nicht verpassen darf. Mein Vater schwieg und Nadine sagte ungeduldig. Es gibt keine andere Lösung, als zur Arbeit zu gehen und es an ihrer Stelle zu tun. Und du gehst vorübergehend in ihre Schule, bis wir eine Lösung gefunden haben. Es ist unmöglich, dass Anna nichts über meine Arbeit weiß. Und ich habe Angst, dass mein Unternehmen zerstört wird. Ich bin auch nicht damit einverstanden, dass er anstelle von mir die Prüfung ablegt. Vielleicht werde ich dadurch scheitern. Nadine sagte ungeduldig. Dies ist die einzige Lösung. Du musst deiner Tochter und deinem Vater vertrauen. Das ist erst heute der Fall, bis wir zwei Lösungen gefunden haben. Nun, ich werde dir einige Dinge über die Arbeit erzählen. Und wenn etwas passiert, ruf mich an, um dir zu sagen, was du tun sollst. Nun, du stellst auch sicher, dass du jede Frage beantwortest. Wenn du nichts weißt, sag es mir. Na los! Ich ließ meinen Vater in meinem Zimmer und ging in sein Zimmer. Ich suchte mir einen guten Anzug aus und zog ihn schnell an. Ich ging aus dem Zimmer. Ich fand meinen Vater am Esstisch warten. Ich saß neben ihm und frühstückte mit ihm. Er erzählte mir immer wieder von einigen Dingen in der Firma. Ich ging raus und stieg in sein Auto und der Fahrer fuhr zur Firma. Ich bestreite nicht, dass ich Angst vor dem hatte, was passiert ist und passieren wird. Als ich in der Firma ankam, war sie riesig und ich war nervös. Ich holte tief Luft. Ich ging in Richtung des Büros meines Vaters. Ich war schon einmal hier und wusste, wo sein Büro ist. Ich saß im Büro und zog das Papier heraus, das mir mein Vater geschrieben hatte, darin über seine Aufgaben und was er tun würde. Ich hörte die Tür klopfen und ließ sie herein. Ein junger Mann Mitte 20 kam herein und sagte, Sir, die Delegation ist eingetroffen. Sie sind im Besprechungsraum und warten auf Sie. Ich wurde so nervös und sagte ihm, Was ist Ihr Name? Er war schockiert über meine Frage und sagte, Sir, ich bin A-Man. Erinnern Sie sich nicht an mich? Ich werde dir etwas erzählen. Du musst mir helfen, ohne es jemandem zu sagen. Ansonsten werde ich sie von ihrem Job entlassen. Er zeigte Anzeichen von Terror und Angst. Ich habe dir nicht gesagt, dass du so viel Angst haben sollst. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Sag mir, wo der Besprechungsraum ist. Okay, ich werde mein Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Okay, sagen Sie mir, wo dieser Konferenzraum ist. Ich ging mit ihm in den Flur und begann die Arbeit meines Vaters. A-Man half mir in der Firma sehr. Ich bin ihm wirklich dankbar. Mein Vater rief mich von Zeit zu Zeit an, um sich über die Arbeit zu informieren. Nach einem harten und langen Arbeitstag rief ich Eimern an und bedankte mich. Ich stieg ins Auto, um nach Hause zu fahren. Ich traf meinen Vater am Esstisch. Hier erinnerte ich mich, wie ich kam und auf ihn wartete und er immer zu spät zu mir kam. Ich saß neben ihm und sagte, Ich habe genau das getan, was du mir gesagt hast, Dad. Tränenreich sah er mich an und sagte, Es tut mir leid, Tochter. Ich wusste nicht, was du in der Schule durchmachst. Ich wusste, dass du keine Freunde hast und nur einen in der Schule. Und du bist Dingen ausgesetzt, die dich innerlich stören. Und zwar von deinen Kollegen. Aber heute habe ich sie allein aufgehalten. Und sie bereuen, was sie mit dir gemacht haben. Und es tut mir leid. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Papa. Deine Arbeit ist hart und anstrengend. Was passiert, liegt definitiv außerhalb deiner Kontrolle. Egal, wie hart und anstrengend meine Arbeit ist. Du bist meine Tochter. Und ich habe das Recht, mich jeden Tag mit dir zusammenzusetzen und mit dir zu reden. Ich verspreche, dass ich dich nicht allein lassen werde. Lass uns wieder zu Abend essen, denn ich habe Hunger. Ich lächelte ihn an. Wir aßen zu Abend und schliefen ein. Am nächsten Tag wachte ich auf und fand mich in meinem Zimmer wieder. Ich sah mich schnell um und rief fröhlich. Es ist alles dasselbe und ich bin wieder in meinem Körper. Ich zog mich an und ging nach unten. Mein Vater wartete im Esszimmer auf mich und sagte. Guten Morgen, Schatz. Lass uns zusammen frühstücken. Ich lächelte glücklich und frühstückte mit meinem Vater. Seitdem sorgt mein Vater sich sehr um mich. und sitzt bei mir und spricht über alles. Und das ist, was ich an meiner Seite fühlen wollte. Und hier er sind meine Freunde. Meine Geschichte endet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss in einer neuen Geschichte. Ich hoffe, es ist hier ein bisschen zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020